Los, rennt weg, solange ihr noch könnt, lauft! Mach die Challenge oder ich werde dich umbringen! Lauf, lauft weg! Ich will hier raus, oh mein Gott! Wieso habe ich dann nur Lapisla zu liegen gesetzt? Ich will hier raus, oh mein Gott! Hühnchen! Wir müssen hier raus, oh mein Gott! Ich muss hier raus! Ich will hier raus! Ich sehe nichts, oh mein Gott, ich sehe nichts! Wenn du die Challenge machst, kommst du raus! Ich sehe nicht mal was, wo soll ich hinlaufen? Zum Wasserfall! Was bin ich? Ja, ich sehe nichts, ich stehe ganz nichts P! Oh, jetzt sehe ich wieder was! Okay, den Wasserfall hoch! Ah, ja, so viel XP! So viel XP, mein Kopf! Oh, so, jetzt geht's wieder! Ich habe was nochmal auf, Optionen... Ey, geht's aber ab, ey! Ich muss mal gerade gucken, wie das war! Will jemand auch Lava platzieren, vielleicht? Ja! Ja, dann mach! Nein! Doch! Aber wenn du dann runterfällst, stirbst du! Nee, wirklich! Doch! Soll ich das trotzdem machen? Ja! Dann schaffe ich nämlich die Challenge nicht mehr, dann bist du schuld! Finde ich gut! Okay, wenn du es befiehlst, Meister! Meister! Jonas, guck mal, was der David gemacht hat! Der platziert überall Lava! Das geht gar nicht! Er hat es mir befohlen! Nein, hab ich gar nicht! Was nix? Nee, das geht nicht! Ja, schlafen! Ja, dir ist klar, dass da unten auch die Betten stehen, oder? Ah! Ah! Oh mein Gott, wo bin ich? Ich will hier raus! Oh mein Gott! Da unten stehen die Betten, du... Also, ich kann nicht mal spawnen! Einstellung! Weil da unten die Betten stehen, du... Warte kurz! Gleich ist alles vorbei, mein Kleiner! Ach so! Oh, ein P-Gorders! Oh! Oh, was? Ich meine, es ist einfach irgendeine andere Challenge, oder? Nein! Ja! Kommt jetzt hierhin, Sklave! Nein, ich geh jetzt! Warum bezahl ich dich denn? Echt mal, ey! Die 5 Cent sind es mir nicht wert, Mann! Ich guck mal gerade, ob das mit dem Fass-Klick noch geht! Oh, hier ist eine viel bessere Challenge! Oh ja! Guck mal, David! Alter, was geht hier ab? Oh, jetzt gibt's X-T! Auf die Fresse! Alter! Ich seh gar nichts mehr, Mann! Alter, Jonas, hör mal! Alter, ich kann alle 0,2 Sekunden einen Trank werfen! Oder wie war das? Alter, Jonas, wie... Alter, ich kann... Alter, wo bin ich? Hier ist überall Commelstone und Wasser und ich ersaufe! Wieso habt ihr das kaputt gemacht? Wo bin ich? Nein! Nein, nein, nein! Ich will nicht sterben! Nein, lass mich raus! Nein, da ist noch ein Loch! Ich muss da durch! Ich muss da durch! Nein! Wo bin ich? Oh mein Gott, da ist David! Oh mein Gott, hier leuchtet es! Ah! Wo bin ich? Alter! Was ist hier los, Mann? Alles, was du gerade gesagt hast, so... Oh mein Gott, wo bin ich? Es leuchtet es! Das klingt, als ob du ordentlich mal... ...drogen genommen hättest, ey! Ja, es ist doch so, Mann! Ja, es ist doch so, Mann! Was ist hier los? Jetzt mach dich das Challenge! Ja, natürlich! Jetzt mach dich das Challenge! Ich werde dich umbringen, Alter! Oh mein Gott, du Scheiße! Ich soll einfach den Befehl von Jonas und lauf einfach den Koppelzons hinterher! Das ist... ...mach dich's Challenge! Los! Ich bin sogar dabei! Du blödes Hähnchen! Ich werde dich ja gerade überhaupt richtig machen! Ja, Moment mal, der kann jedoch voll cheaten! Ja, am Arsch! Ich weiß ja! All! Am Arsch! Leute! Ach, du ver... ...verficktes Scheiße! Jetzt verpiss dich da, ey! Jetzt mach die Challenge! Mach die Challenge! 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 Hey Jonas, du musst mir mal zeigen... Der muss offen bleiben, David. Was? Da, der. Der hier. Der muss offen bleiben. Warum? Weil da noch ein Wasserfall kommt. Jonas, du musst mir mal das erklären, wie man das macht mit dem ganz oft. So, klicken. Dafür hab ich ja ein Programm, ey. Ja, dann sag mir, wie das heißt. Deine Mutter. Achso, warte mal, das war ja der andere Scheiße. Das kann man bestimmt voll geil so Tierbomben machen, weißt du? Moment, Moment. Der zweite Checkpoint funktioniert? Doch, funktioniert er. Blam 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 bl Das sind Schneebälle. Wo ist der alte Jack? Der alte Schneebälle, das ist mir auch egal. Trotzdem kommen da irgendwie Hühner raus. Ja, guck mal, der Mango, der... Ja, der macht das jetzt. Der Mango, der... Wie hieß er noch? Alter, wieso gibt's hier so viele schwule Ecksprünge? Das ist der letzte. Mann, das find ich trotzdem nicht lustig. Ich find das ganz schön. Aber ich muss ein Wünnchen zusammenschlagen. Komm her, wohnen. Ich hab grad... Ich hab grad Wasser getrunken. Mal, wenn der damit Wasser trinkt. Interessant. Ja, wenn das in meinem Arken gelandet macht... Alter, jetzt komm, gib dir mal Mühe. So, dann mach ich, dass es keine Hühnchen mehr gibt. Recht, recht. Jetzt gibt's keine Hühnchen mehr. Jetzt mach die Challenge. Jetzt mach die Challenge. Will ich mich selber schwarz anmalen? Ich mach jetzt die Challenge nochmal im F5-Mode. Moment. Moment, 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 Moment. Moment, Momentan. Ich bin gleich überlegt, wo man eigentlich hin muss. Ach, hier sind ja Schilder. Kekse, 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 Kekse. Ab jetzt, wir ist... Wird. Ja, da steht aber nur wir. Ab jetzt, wir... Ab jetzt, wir ist tödlicher und einen Tick schwieriger. Ja, okay. Ja, genau. Ist gar nicht schon schwer genug oder so. Ne, Mango! Alter, ich schaff's einfach nicht. Alter, diese Bugs. Bugs Bunny. Bugs Bunny ist ein Bunny Bug. Das ist nicht langweilig, wenn ich hier die ganze Zeit dumm rumspringe. Immer die gleichen Sprünge. Du gibst dir ja keine Mühe. Ich probier's doch, Junge. Ich spiel nur in die Minecraft. Dann probier's schneller. Los! Alter, ich stecke im Steinpiss. Arbeite! Ich versuch's ja! Boah! Nein! Ich hasse diese scheiß Ecksprünge im Arsch! Ich spiel den... Warte, pass mal auf. Jetzt geht wieder auf. Nein! Doch! Moment, wie ging das noch? So? Alter! Junge, meine... Ich will nix mehr verhandeln! Alter! Wie... Das ist so geil! So, haben wir fest. Weißt du, wie schnell man damit Blöcke kaputt machen kann? Im Kreativ zumindest. Alter, wie der... Jonas, du hast aber einen echt schnellen Klickfinger. Ja. Hier hab ich jahrelang trainiert. Hallo, ich seh nichts. Das ändert sich gleich wieder. Oder auch nicht. Dann beschwert ihr euch, wieso ich die Challenge nicht mache. Ey, Jonas, mach mal ein... Mach mal so ne Tierbombe damit. Ja, natürlich. Oh Gott, das geht auf die... Ey, Mann! Mach mich doch auch in den Kreativ-Modus. Du sollst ja die Challenge schaffen! Ich schaff's nicht, wenn ich die ganze Zeit XP in der Fresse hab, Mann. Der Jonas hört ja jetzt auf. Ja, super, hab ich gleich Hühnchen in der Fresse. Super. Wie kommst du denn noch? Mach das mal mit Lohen oder so. Was ist das? Und die ist... Oh nein, 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 nein. Kann grad nicht schlagen. Dafür müsste ich jetzt... What the fuck? Ne, oh, müsste ich drücken. Ne, geht gar nicht. Okay. Achso, hab ich ja gar nicht... Mach das noch weiter! Das ist viel zu winzig. Alter... Alter, es leckt. Und wie es leckt. Okay, komm, mach mich weg. Schlag das! Warte, warte, ich will da... Ich will da einen Schadenstrank reinwerfen, warte. Alter, ich seh nichts. Ja, warte. Es leckt ohne Ende. Warte! Kein Problem, ich mach ja noch... Alter, scheiße! Das ist ja... Weil ich hab sieben Frames. Boah, Mann! Alter, was ist hier los? Junge! Alter, wie das aussieht! Ja, Alter, jetzt sind ja ganz viel XP wieder. Alter! Ich kann mich auch fressen. What the fuck? Nein, Mann! Du hast mich runtergeworfen! Entschuldigung! Du kommst ja gleich wieder hin. Keine Sorgen. Ja, super, jetzt hab ich den XP im Gesicht. Seh ich wieder nichts. Okay, was geht jetzt ab? Das ist der sofortige Schadendrang, ach ja. Hallo, ich seh nichts. Also, ich hab zwei Frames. Das erinnert sich ja gleich. Warte, ich stell mich doch mal zu dir. Jetzt hab ich 60. Jetzt geht's wieder langsam, aber ich seh immer noch nichts. Oh Gott, wie das aussah! Ganz ruhig, David, ganz ruhig. Oh mein Gott! Ich muss sagen, ich klicke jetzt mal eine Sekunde lang. Ah, nee, warte, jetzt muss ich ja wieder anschalten, so. Kannst du's eigentlich noch größer machen? Ja, ja, der kann doch eine Stunde oder so. Alter, sag mal, ich könnte das noch schneller theoretisch machen. Aber nur noch um eine Millisekunde schneller. Also pro Millisekunde noch einen Klick mehr. Also ich seh immer noch nichts. Das ist doch geil! Aber ich glaub, dann schmiert man... Schaltest du das mit einem Knopf um, dass du so schnell klickst? Nee. Du musst auch bei der Steuerung die Taste, bei mir zumindest, P auswählen. Das erklärst du mir nachher mal, wie man das macht, ja? Ah, nee. Doch! Ich will das auch können. Möchtest du die Challenge schon mal bis zum nächsten Checkpoint aufgeben? Äh, ja. Komm, ist ja auch lang. Warte, ein Versuch noch, komm, hier. Echt, ey, es nervt. Guck mal, der macht das ja jetzt. Nein! Ich setz mich in die Ecke, ist mir egal. Willst du aufgeben? Ja. Scheiße, ich kann den Schalter nicht umlegen, ohne den 5 Milliarden Mal in der Sekunde zu drücken. Alter, was geht's? Guck dir mal den Aschmeld an. Äh, ja. Jetzt hab ich's geschafft. Alter, was the Teufel. Was war das? Der Jonas ist ein Biss. Ab jetzt wird's tödlicher, würde man hier mit dir schreiben. Ähm, und ein Tick schwieriger. Checkpoint, ich mein... Wo müssen wir jetzt hin? Alter, diese Scheiße. Wir kicken uns nicht mehr um. War hier schon... War hier ne... Johannas... Es geht um...